Ja, hallo und herzlich willkommen zurück. Eigentlich will ich nur noch ausmachen, aber ich laufe jetzt einfach weg. Los! Lauft einfach weg. Weil dieser Oberkörper-Kampf dauert mir auch irgendwie zu lange. Und kein Geld verloren. Immerhin. Die Füße dauern auch ewig. Jetzt haben wir CO3 zurückgelassen. Ein Elixier. Das können wir auch brauchen. Wenn jetzt in jeder Ebene so eine Kiste kommt, ne? Ich... Ach du Scheiße! Das war's für heute. Jetzt weiß ich euch in jedemहarten. Genau. Nichts, ich weiß, dass ich so viele Leute zusammenfl высокlernen. Ich shall keine Wchenbe aus dem Alter. Ich weiß nicht, dass wir aber ganz schön sind. Ich weiß, dass wir gut machen. Ist jetzt auch ein Beteilnis, dass ich verabschiede, dass sie nicht nur das, was ich nicht noch könnte, Das war's für heute. Jetzt kommt die auch noch. Ich will nicht mehr. Ey. Ich möchte, dass die Mondphase sich ändert. Ich will immerhin eines kaputt und Kayn macht gleich die zweite kaputt, hoffe ich. Ja. Nichts. Drei. Ey. Im Ernst? Jetzt ist der gewähmt. Super. 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 Die dritte macht Cain kaputt, wenn er runterkommt. Ich hoffe, der Bomber geht wieder runter. Oh, Cialdo ist wieder da. Ich hasse die Musik von diesen mysteriösen Mädchen. Was ist da jetzt bitte passiert? Aber Ruse hat Mana schon fast wieder voll durch das ganze Beten. Und dadurch, dass ich sie auch gut machen muss, das heißt, ich kann bis jetzt... Also irgendwie... Ich habe eine große Spädie-Karte. Das ist 4, 3, 7. Ah, zum Glück tot. Ich meine, mir bleibt gar nichts anders über, als nur noch so zu kämpfen. Und darauf zu hoffen, dass Rosa irgendwie unsere Mana-Punkte wieder regenerieren kann. Bitte, 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 Speicherpunkt. Halleluja. Okay, hier ist nichts. Ist auch nichts. Jetzt haben wir auch in die Phasenwechsel. Gut, und fast 3 Millionen Gym. Dann würde ich mal sagen, heilen wir mal zuerst den Sessel. So. Und dann machen wir ein Schläfchen. Und, ähm... Ja. Es tut mir jetzt leid, dass die Folge ein bisschen kürzer ist, aber ich mach dann hier mal einen Schnitt. Weil ich hab echt Angst, wenn ich jetzt weitergehe, dass das nochmal 20 Korridore sind oder so, ohne Speichermöglichkeit. Obwohl, was wir noch machen könnten, das ist shoppen gehen. Ähm... Zum Mondwall. Okay. Ähm... Da kaufe ich ein bisschen Toro-Ether. Und ansonsten... Wollen wir dann jetzt einmal... Weiter... Zum Abgrund. Ähm... Dann zu dem H. Ich möchte gerne mal Sanktus machen. Okay. Nein, da wollte ich jetzt nicht hin. So. Und dann können wir uns ja jetzt... Äh... Tiefer geht's nicht. Das finde ich jetzt aber gar nicht toll. Ach, danke. Ich dachte schon. Gut, dann... Speichern wir hier jetzt nochmal. Ähm... Ach, hier ist der High-Potion. Ist ja süß. Das organisieren wir mal eben. Und dann nochmal Items. Und dann brauchen wir ein Zelt. So. Abnehmen der Mond. Ja, so ist gut. Gut. Dann speichern wir hier jetzt. Und dann... Gut. Ich würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Wenn's wieder heißt. Let's play Final Fantasy 4 2. Anstrengende Bosskämpfe. Bis dahin. Ciao. 4 5 5 Vielen Dank.